Hallo, schönen guten Tag, mein Name ist Bärbel. Ich habe Personen gesucht, mit denen ich spazieren gehen kann oder Spiele machen kann. Und da bin ich auf nebenan.de gestoßen. Und da mir die Menschen da aber fremd waren, bin ich auf die Idee gekommen, einen Stammtisch zu gründen. Das ist ungefähr dreieinhalb Jahre her und wir treffen uns jetzt regelmäßig, jeden letzten Donnerstag im Monat. Und es ist kein Zwang, aber wenn man so mal hier nach hinten guckt, das sind die zwei Tische, das sind alles die Stammtischmitglieder. Also man kann sehen, die Resonanz ist sehr groß. Im Moment sind wir hier in Lichtenrade im Reiterverein, weil es da guten Spargel gibt. Das heißt aber nicht, dass das immer hier ist. Es war auch mal im Flamedinner oder in anderen Orten oder Lokalitäten. Aber das Ganze konnte eben nur durch nebenan.de entstehen. Also die haben da eine ganz tolle Plattform aufgebaut und rüber sich letztendlich alle Freunde hier sitzen, weil auch ohne nebenan.de würden sie nicht hier sitzen.